so moin hier euer danni ja ich stehe jetzt hier auf dem parkplatz wo der flixbus gleich kommt er hat erstmal schon schön verspätung und ich bin mal gespannt wann er eigentlich ankommt damit wir dann losfahren können erstmal richtung hamburg ja und dann nach magdeburg rüber ich halte euch auf dem laufenden und ja bis dann so da kommt der bus nach verspätung endlich an juhu nice da ist er wieder jetzt bin ich in hannover angekommen ja ist ein bisschen laut jetzt warten wir auf den nächsten bus und dann fahren wir bei der Kristen Kai dr gu.k dann du 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 Ich bin nie auf dem Weg mit dem Zug nach Oschersleben. Da war die Christina aus mich. So, jetzt sind wir angekommen. Wartet mal, ich zeig euch mal was. Ich zeig euch doch den anderen verrückten. Jetzt sind wir einkaufen. So, jetzt bin ich hier im Lager angekommen. Wir sind angekommen jetzt. Gibt es gleich noch was zu essen. Das haben wir schon mal ausgepackt, aber heute trotzdem kein Livestream. Wenn euch der Flocken gefallen hat, geht dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.